Aufgrund der gewalttätigen Kollision wurde der Mercedes auf die entgegenkommende Spur gedrängt, wo sie mit einem Fiat kollidierte. Der VW Golf, der hinter ihm fuhr, bemerkte dies zu spät und fuhr in die Rückseite des Mercedes. Am Mittwochabend um 1730 Uhr hr-Ice gab eine dreifache Kollision zwischen drei Autos in der Talstraße. Zwischen dem Bezirk Aau und Feldheim AG. Bis zur ersten Kollision kam nachdem Fahrer eines VW Golf hatte dort angehalten, um sich dort auf dem Ort des Blumengeschäfts zu beugen.